Map B-Splash von Ploxy. Wieder gegen mich. Wieder gegen Maduro. Ich glaube, ich will nicht wissen, wie lange das jetzt schon so geht. Ach, hier kommt man noch unten. Und dann direkt nach oben. Genau da. Direkt da, wo du runter gehst, musst du auch wieder hoch. Okay. Also da drum rum ist eine Leiter um diesen schwarzen Balken. Soll ich Selbstmord begehen? Ja. Wer hat da gerade wie ein Beklopter zwischen seinen Waffen gewechselt? Das ist Schabel, glaube ich, der das macht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja doch, das ist er. Da fall ich runter. Wo bist du denn? Gerade gestorben. Ach nein, ey. Da lade ich gerade nach. Babel, hör auf, deine Granaten hier rein zu werfen. So. Jetzt hat jeder den schönen Geheimgang gesehen hier. Nein. Deine Granaten wieder. Mann. Gehe weg. Gehe weg. Gehe weg. Gehe weg. Gehe weg. Ja. Aber du hast die Schabel dafür. Immer in etwas. Was? Hier bin ich. Kann er mal damit aufhören? Ich stecke jetzt fest hier. Wenn ich dich killen soll, sag Bescheid. Hi. Ich sehe dich. Hahaha. Ja, kill mich doch. Schieß doch. Oh, ich sehe deine Schüsse. Trau dich doch. Trau dich doch. Nein, da kommen wieder ein paar Nate angeflogen. Nein. Ich habe keine mehr. Die waren aber, glaube ich, auch nicht von dir größtenteils. Die weißen auf jeden Fall. Ja, aber größtenteils habe ich nur grüne Nates gesehen. Die sind von Schabel. Ich weiß. Ja, ich habe ihn gekillt. Sehr gut. Jetzt kommst du hoch und lässt dich von mir killen. Wahrscheinlich. Nein. Ah, schade. Granate zu weit geflogen. Hätte ich mal länger halten sollen. Dann hätte sie dich vielleicht noch erwischt. Vielleicht. Du willst doch nicht etwa da hoch, ne? Nein. Verdammt. Hahahaha. Scheiße. Nein, ich versuch's lieber. Ich versuch's gar nicht erst mit der Schrot zu spielen. Ich versuch's gar nicht erst. Na, wer hat den Kill? Ich? Jaaaa. Neue Waffen. Es gibt aber bald wahrscheinlich neue Waffen und Outfits. Ich habe schon Panda-Outfit gesehen. Jetzt mal ehrlich. Panda-Outfit. Jaaaa. Das war doch mal ein Wettbewerb, wo Leute Dings machen müssen. Und der Hades hat eine anders aussehende Schrot. Geht, geht ins Deckung! Geht ins Deckung! Geht ins Deckung! Aber jetzt fucht! Nein! Geh weg. Du hast es nicht anders gewollt. Du hast dich selbst gekillt. Scheiße. Wovon reden die da? Ich habe jetzt nichts mitgelesen bei dir, Ploxy, bei mir nicht, was? Alle mit Schrotflinten? Ich doch nicht. Du hast keine? Ich habe keine. Okay, wenn er das sagt. Nee, schabbel du! Geh in Deckung! Schabbel du du! Du, du, du Mensch! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Aber jetzt habe ich eine gute Wurfposition. Juhu! Vielleicht treffe ich ja sogar das Loch. Ja! Leider warst du da nicht. Boah, wer hat mich getroffen? Das warst du, ne? Keine Ahnung. Hast du gerade eine Nate geworfen? Ja, habe ich. Ja, dann warst du da. Stirb! Nein! Sein! So knapp! Ja, ich habe nur noch drei Energie. Na super! Und jetzt, wenn nicht jemand killt, dann dreh ich durch! Schabbel, geh weg mit deiner Schaufel! Geh weg mit deiner Schaufel! Oh nein! Ist mich runtergefallen. Vom Dach. Huust, huust! Ganz aus Versehen, oder was? Nein, ich wollte nicht fallen. Das ist scheiße. Ich hätte es aber auch nicht gedacht, aber wohl mit drei HP überlebt man das ja nicht. Oh, da liegt irgendwas. Ach, das warst du, ne? Geh in Deckung! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Geh in Deckung! Muss das immer mit den Granaten sein? Muss nicht, aber es macht Spaß. Ich kann auch gleich wieder meine Rauchis nehmen. Attacke! Bei 30 Energie habe ich auch so viel Chance. Man kann es schaffen. Es ist möglich, ne? Sehr schwer. Man müsste eigentlich so einen Sudden-Death-Modus machen, ne? Jeder hat so eine Energie immer nur, ne? Ja, das wäre mal genial. So One-Hit oder One-Hit halt, ne? Echt? Das wäre doch ein geiler Modus. So, wenn man das einstellt, dann hat halt jeder gleiche Chancen, ne? Ja. Dann gibt's keine Rüstung, kein Dings, zack. Hit ist Hit. Was? Weiß ich gar nicht. Eins. Oh, da ist der Fischer. Okay. Achso, ja. Das Let's Play ist zu Ende, ne? Wenn's孩子 anbони... Ich liebe dich. Da ist das. Ich liebe dich. Ich liebe dich.